Ja gut, ich bin hier noch mal. Jetzt gehen sie zum Mellergast und dann fliegen sie mal rüber. Unser Ludo ist auch wieder unser, das sind die drei sehr wichtige Leute. Auf den Kleinen, auf Luc bin ich mal gespannt, auf den Franzosen. Oh, alle wieder Fanfreunde, so gehört sich das ja auch nicht anders. Man muss sehen, was da los ist, das ist auch nicht gut. Der Weg ist kein Übermannscher, aber alles gut, alles Gute.